Ja, wie man sieht, habe ich wieder eine Kappe an. Wir brauchen sie natürlich auch, weil es ist übel kalt. Winternebelig. Ein paar geschnitten, falls es noch nicht aufgefallen ist. Und ich gehe zum Daniel. Noch seinen Film fertig machen. Und noch ein paar Drahenaufnahmen. Ich hoffe, wir kommen wieder aus dem Nebel raus und gehen irgendwo in die Sonne. Ciao! Wie da? Sind wir da in Ernecviel? Ich glaube es. Erne oder Ernecviel? Den Nebelmeer haben wir gefunden. Schau an diese Beauty. Wir brauchen sie in Ernecviel. Ich bin da in Ernecviel. Ich bin da in Ernecviel. Ich bin da in Ernecviel. Musik Ja, das war es. Die Nebel hat uns leider schon wieder eingeholt. Schade. Aber es war episch. Jetzt gehen wir schnell auf Schmeriken schauen. Wo? Auf Schmeriken. Schmeriken? Schmeriken. Da haben wir noch ein tolles Boot gefunden. Schmerzen. 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 Er macht seine Ausrischung ready. Yo, yo, yo. Und ich Profischauspieler. Ich werde mich auch einwärmen. Und der Nebel ist schon wieder weg. Wieder übel kalt. Viel noch nicht fertig. Noch eine Szene müssen wir machen. New day. New vlog. Look at this hill. You see the hole. Over there. I have snow. Look at it. Oh yes. Okay, gehen wir weiter. Das ist ja was für eine Aussicht wieder mal. Jetzt sind wir da wieder mal im Wald. Wie heisst es? Börgerwald. Im Börgerwald Utsna. Willa Rizzle. Woher. Jetzt ist es noch nicht los. In dem 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 dem. Im Bögel. Willa Rizzle. Dass du es noch nicht los da. Bis jetzt. Musik Danke fürs Zuschauen. Danke. Bist du ein Geil, Sandi? Schau!